Hinter uns werden wir vielleicht erkennen, Rembrandt und Rubens. Ich bin Bildhauer, ich möchte mich gar nicht als Künstler bezeichnen, eher nur als Bildhauer, das passt vollkommen. Das ist ja das Schöne der Kunst, die Sprache der Kunst ist etwas eigentlich sehr Internationales, was auf der ganzen Welt verstanden wird, wo auch immer man hinkommt.